Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mal ein Gute-Nacht-Video machen, ein ganz kurzes und euch sagen, dass in Zukunft wieder regelmäßige Videos online kommen werden. Ich hatte in letzter Zeit nicht wirklich viel Zeit. Es ist gerade so viel los, Gott sei Dank nur positiv. Und deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Und aus dem Grund wollte ich euch sagen, mit diesem Video ankündigen, ich werde in Zukunft regelmäßiger werden. Ich werde das anders planen und anders machen, dass sich das auch ausgeht. Falls ich das mal irgendwann nicht ausgehen sollte, ist das auch nicht schlimm. Aber ich wollte euch das mal sagen. Und ja, ich hatte einfach keine Zeit. Ich hatte wortwörtlich einfach keine Zeit. Also, es hat einfach nicht gepasst. Und ja, mir geht's gut. Also so ist eh nichts. Es war einfach alles voll. Also ich habe mir das nicht eingeplant, weil ich jetzt ein Video mache. Und wenn ich es mir nicht eingeplant habe zu dem Zeitpunkt, dann kann man auch eigentlich was vergessen, wenn man es nicht irgendwie so im Plan mit eingerechnet hat. Weil ich komme nach Hause, YouTube schauen und essen. Und dann ist eh schon wieder Schlafenszeit. Es ist halt, ich versuche nicht so viel Zeit gewesen. Und ich versuche, ich versuche, ich möchte auch, wieder regelmäßiger werden. Und es ist jetzt nicht so sicher, ob es morgen und übermorgen im Video kommt. Aber am Samstag, also heute ist Donnerstag, äh, Donnerstag. Heute ist Mittwoch. Und morgen, also am Donnerstag und am Freitag wird wahrscheinlich kein Video kommen. Weil sich das aus dem Grund nicht so ausgeht. Wenn jemand 20 Uhr nach Hause kommt, wird es nicht so leicht. Außer, es kommt ein Update-Video. Dann kommt natürlich ein Video. Aber ansonsten nicht so wirklich. Aber ist auch nicht schlimm. Ich werde in Zukunft versprochen, regelmäßiger werden. Und, also dann aber noch, ich bin dann auch nur regelmäßiger, wenn sich das ausgeht. Wenn sich das wirklich ausgeht, versuche ich jeden zweiten Tag ein Video zu machen. Also, das liegt jetzt alles daran, ob sich das ausgeht. Wenn sich das nicht ausgehen sollte. Bei einer kurzen Zeit informiere ich euch nicht. Aber wenn es zu lange dauert, wie jetzt, wenn es einfach neun Tage her ist, informiere ich euch. Und ja, ich wollte dir mal Gute Nacht sagen. Es ist halb elf, geschlafen. Und ja, Leute, einfach mal so, dass ihr Bescheid wisst. Es ist einfach aus dem Grund, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ja, mir macht das so Spaß, Videos zu drehen und so. Aber ich kann es auch nur drehen, wenn ich Zeit habe. Wenn sonst nichts anderes irgendwie im Vordergrund steht. Weil, ja, aber ich mache es wirklich gerne. Und ja, Leute, wir sehen uns vielleicht morgen. Mit dem Fragezeichen. Aber ganz sicher am Samstag. Okay, Leute, bitte Nacht. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. War jetzt nicht so spannend, aber außer es kommt ein Update-Video dann ganz sicher. Morgen oder morgen. Es kann natürlich sein. Aber ich will euch jetzt nicht zu viel sagen, weil nicht, dass es nicht so ist. Und dann kündigt das an und dann kommt es nicht. Okay, Leute. Tschüss und gute Nacht.